Leute, ich wollte euch bloß nochmal sagen, dass jetzt von Montag bis Freitag jetzt erstmal keine Livestreams kommen werden, weil ihr werdet auch auf Klassenfahrt bin, Leute, deswegen kann ich ja nicht mehr ganz im PC mehr nehmen. Aber bleibt bitte trotzdem aktiv, am Wochenende werden wir morgen wieder schön durchfasseln und schön, dann machen wir auch mal einen 3- oder 2-Stunden-Stream, Leute. Aber auf jeden Fall wollte ich das nochmal gesagt haben und ja, dann würde ich sagen, keine Sorge, die ganze Woche wird es aber noch Videos geben von Montag bis Freitag. Bis zum nächsten Mal.